Hallo, hier ist der Daniel von Session und ich zeige euch heute das Audient ID22. So, das ist das schöne Teil. Man könnte auch sagen ID22, die Jungs kommen ja aus England, die das entwickelt haben, Audient. Die Firma kennt man in Deutschland noch nicht ganz so gut, macht aber, ich sage mal, wenn man das irgendwie vergleichen möchte mit anderen Firmen, die ein bisschen bekannter sind, Produkte im Bereich qualitätstechnisch wie RME oder Apogee oder Motu, wenn man da mal so ein paar Namen nennen möchte, ist kein Vergleich jetzt, sondern einfach nur mal, dass ihr es irgendwie einordnen könnt, wie die Qualität ist. Ja, das hier ist für Leute, die wirklich zu Hause oder auch in Unterwegssituationen Aufnahmen machen wollen, mit nicht vielen Kanälen, aber dafür wirklich in sehr, sehr hoher Qualität. Es ist alles hier drin, ihr braucht für dieses Teil keine extra Kabelpeitschen oder sowas, wie bei der Konkurrenz, sondern das ist wirklich für die Leute, die noch auf Metallgehäuse stehen und gute Verarbeitungsqualität. Wir haben an Bord diverse Ein- und Ausgänge. Man sieht hier direkt zwei Kanalzüge auf der Vorderseite, mit zweimal Gain bis zu 60 dB. Ihr kennt ja vielleicht die Mikrofon-Preamps von Audient, den ASP 008, den haben wir ja auch im Sortiment. Und der Herr von Audient, der hier war, hat mir versichert, dass die Mikrofon-Preamps, die hier drin sind, sogar noch besser sind als die in der 008. Also das ist wirklich hier absolute High-End-Stuff. Wir haben Phantomspeisung natürlich separat schaltbar für jeden Eingang, eine 10 dB Pad-Schaltung, einen Phasenumkehrschalter und natürlich einen Low-Cut. Ansonsten gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben natürlich auch für unsere Monitore, die wir anschließen, einen Regler. Der ist digital gesteuert, warum nicht analog? Bei analog muss man immer sehr, 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 also wirklich extrem hochwertige Bauteile nehmen, damit man auch einen guten Regelweg hat. Digital ist das ein bisschen einfacher zu realisieren. Deswegen hat man sich hier eben für einen, zwar einen analogen Poti entschieden, der aber digital kontrolliert dann eben. Wir haben die Dim- und die Cut-Funktion direkt auf der Oberseite unter unserem Monitorregler. Wir haben die Lautstärke für die Kopfhörer und drei Funktionstasten, die wir frei belegen können dann in der Software. Zur Software kommen wir später noch. Jetzt gehen wir erstmal auf die Rückseite vom Gerät. Die sehen wir hier. Wir haben, wie schon gesagt, zwei Mikrofon-Preamps, natürlich auch als Line-Eingänge verwendbar, sind Kombibuchsen von Neutrik. Wir haben natürlich auch den DI-Eingang hier, da sitzt eine DI-Box hinten dran, die geht dann auf den zweiten Kanal hier. Das wird selektiv geschaltet. Also wirklich unterschieden, ob man hier ein XLR-Kabel reinsteckt, dann wird der Mikrofon-Preamp aktiviert, ein Line-Signal, dann geht es direkt als Line rein oder eben die DI-Box. Was hier anders ist als wirklich bei der kompletten Konkurrenz ist, dass wir direkt für diese beiden Eingänge komplett symmetrische Send- und Return-Wege haben. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt High-End-Equipment im Studio haben, können wir direkt schon bei der Aufnahme das mit einschleifen und die sind sogar voll symmetrisch. Also kein Brummen, kein Rauschen. Wenn wir das komplett symmetrisch anschließen, sind wir unterwegs wie im Profi-Studio. Ansonsten, hier auf der Seite haben wir weitere Ein- und Ausgänge. Wir haben erstmal vier Ausgänge, die auch komplett unabhängig voneinander routbar sind. Wir haben dann noch optische Ein- und Ausgänge und zwar 8 Kanal rein, 8 Kanal raus, überadert, USB 2.0, Kopfhöreranschluss und natürlich Netzteilanschluss. Ganz wichtig, damit es auch funktioniert. Soweit zu dem Gerät selbst. Dann gehen wir mal weiter Richtung Software. Stell es mal hier in unserem schönen High-End-Räumchen auf unseren Tisch. Schließt mal sowohl USB-Kabel an, zack, als auch das Netzteil. So, und es öffnet sich gleich unsere Software. Das ist jetzt die Software vom ID22, ID22, nennt es wie ihr wollt. Wir haben hier die Möglichkeit, weil in diesem Interface auch DSP-Chips drin sitzen. Das heißt, wir können hier Routings machen, die eigentlich mit allein der Oberfläche von diesem Interface nicht möglich wären. Das machen wir dann eben über die Software. Das heißt, wir können uns unseren Kopfhörer-Mix hier zusammenstellen. So und so viel Signal von dem Mikrofon 1, so und so viel Signal vom Mikrofon 2. Die Digitaleingänge. Wenn wir natürlich mehr als zwei Digitaleingänge haben, werden die hier auch noch angezeigt. Dann haben wir DAW. Ich habe hier jetzt mal in iTunes ein bisschen was laufen, damit man auch ein paar Meter sieht, wie die aussehen. Das können wir uns natürlich dann auch. Das wäre dann zum Beispiel das Playback für unsere Kopfhörer. Das können wir uns auch aufdrehen. Dann sehen wir das hier auch auf dem Master. Und natürlich DAW 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir können bis zu sechs Kanäle separat aus unserer Digital Audio Workstation rausholen und auf die Kopfhörer geben. Dann gibt es hier natürlich noch die Cue-Wege, die wir schalten können. Wir können die Kanäle entweder als Stereo-Kanäle laufen lassen oder zweimal Mono. Das wird dann in einer schönen Animation hier wiedergegeben. Und dann haben wir noch hier unsere Master-Sektion mit dem Master-Meeter, den Cue, also Kopfhörer-Masters. Dann haben wir hier unsere Channel-View-Geschichte, also Line-In-Anzeigen bzw. hier können wir uns einfach anzeigen lassen, was wir eben sehen wollen. Monitor-Sektion mit dem großen Controller, auf welche Lautstärke wir gerade sind. Dann zu einer alternativen Abhöre umschalten. Dim-Funktion und Cut-Funktion hatten wir ja schon. Sowie auf Mono schalten die Phase umkehren oder auch Talkback realisieren. Das geht alles ohne Probleme. Und es gibt sogar noch einen Clou an der ganzen Software. Den zeige ich euch jetzt. Und zwar diese hervorragende Routing-Matrix, die hier noch dabei ist. Da können wir die analogen Ausgänge verwalten. Und zwar, wir haben Ausgang 1 und 2. Das heißt, wir können jetzt sagen, was geht denn auf Ausgang 1 und 2 überhaupt raus? Ist das denn überhaupt unsere Stereo-Summe? Oder wollen wir vielleicht zwei Mono-Ausgänge? Und dann können wir uns noch aussuchen, was geht denn da raus? DAW-Mix, Q1-2, Alternative-Speaker oder eben der Hop-Mix. Genauso bei den Ausgängen 3, 4 und den Kopfhörern. Und auch die Digital-Outputs sind voll routbar. Das heißt, super gute Integration in fast jede Aufnahmeumgebung. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, diese gibt es alle. Entweder bei uns im Laden, einfach vorbeikommen und uns ansprechen. Oder natürlich auch bei Audient auf der Webseite. Die haben da wunderschön hochauflösende Bilder, Block-Schalt-Diagramme zu dem Teil. Also wirklich alles, was euer Herz begehrt, könnt ihr da noch abfragen. Ansonsten, wir haben es hier im Laden. Ihr seht es ja. Ihr könnt es bei uns direkt anchecken. Ihr könnt es kaufen. Ihr kennt ja unser Service-Paket. 33 Tage Moneybags, 66 Tage Umtauschrecht. Ja, und ich bin der Daniel und ich freue mich auf euren Besuch.